Hey meine Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge mit Minecraft von Trimax und Romatra. Mega geil, Alter. Wir spielen heute wieder Skyfactory auf unserer tollen Welt. Ja, ich würde sagen, let's go. Viel Spaß euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Perfekt. Habe ich jetzt gemacht, Max. Super. Okay, was machen wir heute? Was machen wir? Wir haben noch eine Dreiviertelstunde hier Zeit. Ich mache Botania entweder weiter. Äh, Moment, stopp. Jetzt erzähl es mir doch mal, was für eine miese Scheiße. Wo kommt der Drache hier her, Romatra? Geh, das ist... Welcher Scheiße? Drache, ey. Was willst du von mir? Hier ist ein Drache. Ich habe mich auf diesem Server seit 10 Monaten nicht mehr eingeloggt. Max, hier ist ein Drache auf unserer Insel. Das letzte Mal, wo wir zusammen gespielt haben, war 2018. Er hofft mich zu verarschen. Leute, du bist echt ein fantastischer Schauspieler. Fahr mal wieder zum Dreh. Leute, hier ist ein Drache. Der ist aber friedlich, oder? Wo kommt der her? Wo? Wer sind sie? Max, bist du noch da? Ich bin noch da. Pfeife. Hä? Leute, wir haben so einen Drachen da. Hä? Hier ist ein Drache. Fynnst du das echt gut? Hast du schon mal überlegt bei... Ich sehe dich da. Hä? Hier ist ein Drache. Glaubst du mir das nicht, wie das hier ein Drache ist? Doch, aber du hast ihn einfach da rauf installiert, um uns jetzt mit einem Drachen zu überraschen. Wahrscheinlich, Alter. Wahrscheinlich habe ich dich mit einem Drachen überrascht, Junge. Wahrscheinlich. Ist das mein Plan gewesen? Romatrei ist ein Drache. Ja, ich bin noch nicht drauf. Revi, Revinzeit. Revi, du weißt doch, wie lange das dauert, Revi, Revinzeit. Er kommt aus dem Ei. Er ist dein Kind. Ich habe einen Drachen. Ich habe einen Drachen. Wo bist du, Revi? Hier, hier. Revi, Revinzeit. Loh, ein Drache? Ja? Wieso ist das hier ein Drache? Darf ich ihn schlagen? Nein, hör mal auf. Ich töte ihn really jetzt. Nein. Der ist ja, der ist ja cute. Das ist ja ein cuter. Oh, bist du ein cuter? Bist du ein cuter kleiner Drache? Ja, du bist ein cuter kleiner Drache. Kann man ihn in einem Sattel aufsetzen und mit ihm fliegen? Auch ein cuter kleiner Drache. Ey, ME-System wieder voll. Auf, den Drachen zu besteigen, Romatra. Es kann nicht voll sein. Es geht nicht. Also, es ist, es kann wirklich nicht voll sein. Funktioniert nicht. Es ist wirklich schon wieder voll. Was ist denn der Plan heute? Ja, was ist denn der Plan? Was ist denn der Plan? Wir töten einfach die Drachen und dann spielen wir weiter. Warum? Digger, ich habe hier einen Drachen stehen. Ich mache mir jetzt erstmal einen Nenntag. Ich mache mir jetzt erstmal einen Nenntag für dich, Alter. Äh, ich mache ein Intro. Moin, Leute, Trimax hier. Wir haben uns gerade eingeloggt und hier ist auf einmal ein Drache. Nee, nee, scheinbar ist das mein Drache sogar. Es ist ein Wasserdrache. Wie viel Leben hat der? Darf ich mal testen? Nein. Bitte. Kann ich nicht empfehlen. Der, das steht sogar. Der hat 120 Leben. Das heißt, nach einem Hit ist er down. Wenn du das machst, magst du dann schlagen. Und nach einem Hit hat der, nur flack ihn mal nicht. Lass du den Drachen in Ruhe. Leute, ich habe einen Drachen. Das ist der aus meinem Ei. Lull. Ein Member. Wie viel, wie viel, wie viel Schaden macht ein Hit mit der nackten Faust? Einen? Einen Schaden nur? Du machst den Drachen nicht kaputt. Wenn du den Drachen jetzt einmal schlägst, dann... Nein, ich möchte ihn einmal anstupfen, ob der was macht. Der wird dich töten, Alter. Der wird dich töten. Entspann dich mal, Junge. Das ist ein Drachen. Töntet er mich? Ich möchte ihn einmal anstupfen. Warte, nein. Auch, lass ich mich doch einmal anstupfen. Auch, ich will auch wissen, was passiert, wenn er angestupst wird. Leute, nein, warte doch mal ganz kurz. Ey, das muss doch nicht sein. Guck mal, das muss doch nicht sein. What the f***, bitte. Einmal streicheln. Ja, Previ, interessiert es dich gar nicht, was passiert, wenn er gestreichelt wird? Doch, ich will es wissen. Das ist total... Das ist krank. Wir haben einen Drachen. Lass ich mich einmal streicheln, bitte. Das... Was für wir haben den? Ich hab den. Ich möchte auch einen. Das ist ein Community-Projekt zwischen uns drei. Das ist ein Community-Projekt, das ist unser Drache. Wenn du dich jetzt beißt und du... Dann lockst du dich auf, dann darfst du nie wieder den Turbo betreten. Ich werde dir nämlich jetzt einen Name-Tag machen. Okay? Aber lass... Das hier mit... What the f***, what the f***, Revi. Da passiert doch nichts. Einmal streicheln, ja? Stopp, Moment. Stopp, stopp. Haben wir keinen einzigen Sattel? Nein, weil wir keinen Leder haben. Ich werde ihn nun einmal anfassen. Mach. Du machst Sattel. Oh, ich will es sehen. Warte, bevor du es machst, will ich es sehen. Komm her, ich werde deinen Drachen anfassen. Ja, fass ihn an. Schaut doch jetzt, wo es Revi, wo Revi. Weder wird es Agro... Ich bin hier oben. Weder wird es Agro, Max. Okay, schnell. Siehst du mich? Mach jetzt! Okay, ich fass ihn einmal an. So, jetzt... Jetzt lass dich töten von ihm. Jetzt musst du dich töten lassen von ihm. Der hasst dich jetzt, ne? Hasst er auch mich? Nein, mich mag er noch. Mich hasst er auch nicht. Der ist ja energisch und hat ja... Der hat ja ein richtig gutes Langzeitgedächtnis. Der ist ja voll clever. Der hat mir auch gar keinen Schaden gemacht. Was bringt der? Warte, ich gebe ihm jetzt einen Name-Tag. Lass Martin. Komm, Martin. Drakonium. Wieso funktioniert das nicht, Leute? So, Konzentration, Roman. Reicht dir irgendwie helfen? Ich will dir helfen. TNT bist du... Bist du Probleme? Ich bin jetzt OP. Achtung. Hier ist er. Martin, der freundliche Drache. Und weh, du schlägst den, Max. Dann raste ich aus. Ja, Leute, das kann nicht der einzige Weg sein, um an den Sattel zu kommen, oder? Kann man mir doch nicht erzählen, Junge. Ich brauche einfach nur einen Charge. Leute, Drache lässt sich nicht fliegen. Wir sind stark, Max. Wir sind stuck. Warum solltest du dich doch kümmern? Das fass ich jetzt nicht. Nee, 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 nee. Ihr überfällt mich hier mit Minecraft. Ich habe gedacht, ihr zieht durch mit Fortnite. What? Nein, Mann. Lass uns in Ruhe. Jetzt habe ich den Drache... Jetzt habe ich den Sattel. Genau davon letztes Mal. Kommt kein Millimeter weiter. Was ist denn das für ein Mod mit dem Drachen hier, Leute? Dragon Mounts. Ja, okay, wie kann ich den Pis-Drachen jetzt hier reiten? Bringt mir ja gar nichts hier, der Sack. Zähmen. Wie zähme ich denn denn? Was ist das? Okay, Leute, warte. Ich hole mir jetzt den Drachen. Das angeklappt hat irgendwie nicht hier. Guck mal, das backt voll. Was soll denn das? Haben wir den Enderman-Kopf? Da kommt ja nichts bei raus. Aber ich kann nichts mit dem machen. Er lässt sich nicht reiten oder so. That's what, äh, she said. That's... Was soll ich gerade sagen? Hey. Ich kann mit dir nichts machen. Der lässt sich nicht reiten oder so. Baby, Alter. Du lässt dich einfach nicht reiten. Ich kann mit ihm nichts machen. Nichts. Ich habe alles versucht. Du bist so schade, ey. Ich? Ja. Hä, warum? Ich kriege hier keinen Fisch raus, Alter. Fisch? Dein Drachen nervt und... Der stinkt auch. What the f***? Baby, jetzt lass den armen Drachen in Ruhe. Ich will den reiten, lass es mich. Lass es mich. Der hat ja die Herzen, Leute, aber... Guck mal, der hat doch die Herzen schon, aber ich kann, auch wenn ich snicke... Der ist schon gezinnt, aber wie kann ich den sch*** Drachen reiten, Alter? Wie heißt dieser Mod? Guck mal, mit was für Sachen sich Revi beschäftigt, wenn ich hier Großleisten... Ja, Revi versucht, Tür zu zähmen. Es gibt kein... Ja, wie kriege ich denn mehr Fische, Alter? What the f***? Angeln funktioniert hier in diesem Piss-Server nicht. Geh gleich in Game Mode und schieb mir die einfach die Kacke, Mann. Der hat was angebissen. Ich will jetzt wissen, ob das funktioniert oder ob es... Ich will diese... Drachen jetzt haben, Alter. Das tut mir jetzt nicht. Geht jetzt irgendwie an? Es gibt kein Autofischer, gar nichts. Guck mal, es bringt auch gar nichts, Leute. Der frisst die alle? Der ist leer. Ah, es hat geklappt. Oh mein Gott, ich habe den Drachen... Ich habe den Fisch gecheatet. Ich habe mir zehn Fisch gecheatet, Leute. Es tut mir leid. Angeln funktioniert nicht. Ich kann Drachen fliegen, guck mal. Oh, wow, das ist sehr sick. Aber nicht so sick, wie das, dass wir hier machen. Alter. Was denn? Ich habe einen Drachen, Max. LOL, das geht doch. Mach mal einen Streamshot von mir, bitte, wenn ich die fliege. Ich brauche das als Thumbnail. Kann ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Oh, nee, so sieht geil aus. Bleibt genau so stehen. Sieht man mich da drauf? Passe. Dafür bitte wenigstens einmal einen Thumbnail. Ja, danke. Einmal einen Titel, meinst du? Nee, ist mir egal. Ich will es hier schaffen, dass es Revan Koi ist. Gut, Leute, ich helfe euch jetzt. Ich habe jetzt meinen Drachen. Alles gut, ich habe meinen Titel fürs Video. Ich helfe euch jetzt. Let's go. Okay, was kann ich für euch tun? Das ist das absolute Late Game. Wenn wir das haben, dann haben wir das Spiel durchgespielt. Was ist denn das? In das Interface schauen. Es muss an jeder Seite mindestens einer wie hier. Jungs. Wir wissen nicht, was es ist. Hä? Was braucht ihr noch? Was kann ich für euch tun? Das wissen wir nicht, Revi. Das wissen wir nicht, Revi. Wir wissen es nicht, Revi. Was wollt ihr denn jetzt machen hier? Das Atomkraftwerk hast du aufgegeben, Romadra? Wir müssen jetzt das hier machen. Das hat höchste Priorität. Ich will das jetzt auch hinkriegen. Das Atomkraftwerk habe ich nicht aufgegeben. Das werden wir noch Zeit. Hast du noch ein Relay? Brauchst du MV Fire, LV oder MV Relay? Oder HV? Warte, ich bringe dir. Oh, Romadra. Was denn? Ich war es. Danke. Ich war schneller, Max. Nee, leider nicht. Ihr werdet doch wissen, was ihr da gerade baut, oder? Nee. Romadra weiß das. Eigentlich soll hier jetzt... Ja, Mann, das hat man Sky Factory 3, den schwersten Modus, den man überhaupt spielen kann, durch. Oh, bring mal Diamanten, Draconicor, das ist deine Aufgabe, Max, okay? Du bringst Diamanten her, Weavernkor und Draconicor. Alter, wir haben es geschafft. Ich habe es verstanden. Hier, Romadra hier, Romanten. Romantin. Geil, oh, oh, das ist geil. Ich brauche, Weavernkor brauche ich, äh, Moment. Hier, einer. Oh. Ich brauche wahrscheinlich acht Stück. Okay, kriege ich hin. Weavern Flux Capacitor? Nope. Scheiße, die kann man auch irgendwo brauchen, die habe ich extra gebaut. Hä? Das ist der mächtigste Gegenstand, den wir haben, habe ich gerade eingesetzt. Tu ihn da raus, sofort. Der ist saumächtig, pass auf. Tu ihn sofort da raus. Nimm du ihn in die Hand. Wir müssen noch mal ein paar Mal den Wizard klatschen, wir haben keine Wizard Stars mehr. Komm, Max. Das ist schlecht, ich habe das Wither-Ding gerade abgebaut, gell. Start. Es fängt an, es fängt an. Guck her, schnell, Max. Max, hier, schnell Charging. Oh, es knistert. Revi, Revi, komm her, Revi. Es knistert. Siehst du, wie es knistert? Wir haben einen reingetan. Ja, ich habe es zum Knistern gebracht. Und was ist das jetzt? Ist das, ist das produzierter Strom? Nein, es ist viel mächtiger. Ähm, wir müssen von dem, was ich jetzt herstelle, nochmal sechs Stück machen und dann können wir den Awakened, was macht der? Wieso stuckt der? Wieso stuckt der, Max? Dein Strom reicht nicht? Strom reicht. Ist voll. Oh Mann, wieso stuckt der denn? Max, komm mal bitte her zu mir. Alles voll bei mir. Ich will Romatra lieber helfen, oder? Ja, das ist doch für uns alle. Ja, das ist recht. Ab geht's. Max, hier bitte einmal alles mit Eimern aufhüllen. Boah, wir haben 150.000 Wizard-Köpfe, ne? Also sehr viel. Das ist absolut unnötig eigentlich tatsächlich. Wizard-Gespawn, vorsichtig bitte. Alter, es ballert. Ja, ja, es ballert, ich hab's schon. Ey, wenn wir das fertig haben, dann haben wir Sky Factory 3 durch. Wir sind auf einer sch*** Mini-Insel am Anfang gestartet. Das ist krass, ne? Rewi, ich hab's hier hingelegt, elf Stück. What the f***? Dankeschön. Mach ich. Achtung, Romatra, hier nochmal drei, Weevan-Core. Das Draconium-Inget ist ja sauext, ist ja extrem wichtig, was ich hier die ganze Zeit herstelle. Ja, das ist stark, das ist stark, das du es gemacht hast. Ja, ich glaube, das reicht. Wie viele Draconium-Cores brauchst du jetzt noch? Hier ist noch einer. Wir sind fertig. Jetzt warten wir. Ich muss das jetzt noch viermal machen. Okay, was passiert denn hier mit Jungs? Ein Hodensack. Verstehst du das, Romatra? Hallo? 40.000. Oh mein Gott, da ist irgendwas rausgekommen? Ja, genau, das ist das, was wir brauchen. Was ist das? Das ist der, den wir brauchen für gleich. Für was denn für gleich? Um dann die Draconium-Plöcke zu den Awakened-Draconium-Plöcken zu machen. Oh mein Gott, das wird so wichtig. Und was können wir damit machen? Damit ist dann Spiel durch. Damit kann dann Max noch bessere Solar Panels machen. Wir machen das gerade wieder alles nur für Max. Das ist dann Late Game. Nein, 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 das ist Late Game. Dann können wir ganz viele Sachen machen. Gut, dass wir verstanden haben, wie dieses Fusion-Crafting-Stück funktioniert. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Das ist aber die letzte Stufe. Wenn man die hat, dann ist... Ja, zumindest bei Draconic Evolution. Also ich kann ja auch noch meins durchmachen. Nee. Mein Mod doch, kann ich. Sag, ein Mod, was du noch machen kannst. Ich kann auch tatsächlich den Dingens machen. Botani habe ich noch gar nicht fertig. Noch nicht mal ansatzweise, Junge. Botani habe ich noch komplett am Anfang. Das ist dieser Zauber-Mod. Okay. Das ist ja echt ganz krass. Ist das noch Minecraft, ist die Frage. Absolut nicht. Kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Gefällt mir. So, Madra, Craft-Attack bist du auch dabei dann, ne? Craft-Attack bin ich auch dabei, ja. Sehr schön. Da habe ich auch schon mega Bock drauf. Machen wir dann so ein Dörfchen, ja? Schön mit... Ja, ein ganzes Craft-Attack. Also ihr werdet euch in Craft-Attack... Ich werde das erste Mal in Minecraft PvP dann gefordert werden, ne? Das wisst ihr. Früher oder später eskaliert es bei Craft-Attack immer. Zuerst wird ein bisschen rumgeprankt. Alle bauen zusammen eine Stadt. Und irgendwann eskaliert die Sch***. Und dann spaltet sich das Ganze in Fraktion auf. Und dann gibt es Krieg. Ja. Ich... Okay. Max, und du bist einer der Hauptakteure wahrscheinlich. Du weißt noch nicht, Prophezeiung. Junge, du wolltest den Drachen mit deiner Axt streicheln. Wenn du sowas in Craft-Attack machst, geh mal hin und töte mal Gamers Times Katze. Denn am nächsten Tag ist dein Haus voller Obsidian und du heulst. Wenn jemand dein ganzes Haus sprengen will, juckt, kannst du nicht beim Atmen nicht beschweren. Bringt nichts. Ja, ich bin doch eher der Sprengt. Ich spreng bei der ersten Minute. Dann hast du aber eine Menge Feinde, ne? Ja. So. Ich habe genießt. Ja. Gesundheit. Könne ich dir. Nehme ich nicht an, nehme ich nicht an. Gut, Romara, was haben wir jetzt davon? Jetzt pass mal auf, okay? Kannst du das noch schnell machen, weil ich muss gleich los. Ja, bitte. Oh, ach so. Jetzt sitzt er mich. So macht er das jetzt. Okay, und Start. Chill, Romatra. Chill, Romatra. Warte, Romatra. Eine Sekunde wird gechillt. Ey, das schafft ihr. Ich habe doch alles in Ruhe mit den Pferden. Oh, Digga, das fasse ich jetzt nicht. Wir haben keine Sticks. Ne, Mann, jetzt lass mich das bitte noch machen. Was brauchst du denn? Max. Mann, ich dreh durch. Das gibt es doch jetzt hier nicht, dass das nicht funktioniert. Komm jetzt, Romatra, komm, mach an. Ne, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Drei, zwei, eins und go. Lass knacken, ich habe es. Guck, was ich in der Hand habe. Was ist das? Könnt ihr das sehen? Ein Schwert. Schlaf mich mal. Ist gut? Ne. Was ist denn jetzt das Tier des Ganzen hiervon? So lange warte ich jetzt noch. Was passiert dann? Dann haben wir so Awakened Draconium Blocks. Und was können wir damit machen? Alles. Guck dir das mal an. Aber man kann doch dieses Draconium Solarpanel machen dann, ne? Das Draconium Solarpanel. Ja. Das macht 131.000 Energie pro Tick. Das ist schon echt insane. Gut, Leute. Also ich bin an der Stelle, bin ich raus. Ich weiß hier, was ihr vorhabt. Grüßchen. Grüße. Ja, ich hatte keinen Bock mehr zu warten noch. Hier. Lasst, äh, grüße an meinen Drachen da. Lasst ihn bitte leben, ja? Und ich raide jetzt, ich raide jetzt Romatra. So. Bis zum nächsten Mal.